Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Heute mal etwas besonderes, denn heute warten wir mal gemeinsam auf den neuen Shop. In 10 Sekunden kommt er live und ja, ich dachte mal, ich mach so eine kleine Reaction. Wenn ihr das häufiger sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und eine Sekunde, dann updatet sich der Shop und wir bekommen... Was? Die Skifahrer? What? Und vor allen Dingen, warum beide? Ah, okay, es sind die weiblichen und die männlichen. Nice, okay, krass. Warum auch immer nur hier bei den weiblichen, wähle dein Style, steht. Aber heftig, what the fuck, okay, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Und der Shishu ist auch wieder da, mega nice. Und ich löse natürlich auch noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja gleich 2000 Vibachs verlost an Leute, die mich als Creator eingetragen haben. Also die hier Snoxy im Shop als Creator hinzugefügt haben. Und der Gewinner von gestern ist der liebe Ruff HD. Herzlichen Glückwunsch an dich und keine Sorge, falls ihr hier nicht gewonnen habt. Ich mache hier aktuell extrem viele Gewinnspiele und das kann ich nur machen, dadurch, dass ihr mich immer hier so fleißig als Creator eintragt. Denn dadurch kann ich das finanzieren. Heißt also, je mehr Leute mich eintragen, desto krassere Gewinnspiele werden kommen. Also wenn ihr Bock habt auf so krasse Gewinnspiele und hier mal gewinnen wollt, dann einfach nur Snoxy hier im Shop als Creator eintragen. Wäre auf jeden Fall natürlich mega ehrenhaft. Und ja, dann fangen wir auch direkt an mit dem heutigen 400-Shop. Erstmal mit dem Skiprofi. 1500 Vibachs kostet jeder übrigens. Ich finde der normale hier, das ist quasi der, der keine Nation vertritt. Den finde ich schon mal mega nice, weil er einfach blau ist. Dann den US, finde ich okay. Ist jetzt nichts so krasses. Dann haben wir noch den Kanada. Den habe ich mir auch schon damals geholt, als er rauskam. Den finde ich ziemlich nice. Dann haben wir noch den Großbritannien. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Der Französische, ja, geht auch. Da finde ich das Heizdokument nicht so geil. Dann haben wir noch den Deutschen. Den fand ich schon immer ziemlich cool. Den habe ich mir auch geholt. Und kann es sein, dass der irgendwie neu aussieht? Die Brille sieht irgendwie anders aus, oder? Sagt die schon immer so aus, die Brille? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, den habe ich mir natürlich geholt. Und dann haben wir noch den Chinesischen. Und als letztes noch den Koreanischen. Den kann ich auch jedenfalls sehr empfehlen. Fand ich immer ziemlich nice. Habe ich mir leider damals nicht geholt gehabt. Also habe ich mir jetzt nochmal neu geholt, als die letztens rauskamen. Also ja, auf jeden Fall mega geile Skins. Feiere ich sehr. Und auch den normalen, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Das gleiche gibt es natürlich auch noch bei den weiblichen Skins. Also da haben wir die acht Stück auch nochmal in weiblich. Genau, der Kanadische, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Korea. Den spiele ich auch aktuell. Habe ich auch gestern im Stream gespielt, falls ihr zugeschaut habt. Da habe ich hier den koreanischen gespielt. Und ja, da hat sich Fortnite gedacht, jo, dann bringen wir die auch direkt mal zurück. Und dann haben wir noch das weitere Set drin, das ich auch ziemlich cool fand. Den Skin habe ich sogar öfter mal gespielt. Den Backpack eigentlich gar nicht. 1200 Weibachs kostet der, obwohl es halt preis-leistungsmäßig auf jeden Fall ziemlich gut ist. Die Hacke fand ich jetzt auch nicht schick. Also, ah, würde ich eher nicht empfehlen. Dafür finde ich den Gleiter ultimativ heftig. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. 800 Weibachs für diesen Gleiter. Alter, auf jeden Fall gönnen. Richtig nicer Gleiter. Ähm, ja, da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch die Daddy-Shop-Serie hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Im ersten Slot haben wir dann die magischen Schwingen. Auch ein ziemlich heftiger Gleiter. Schaut ziemlich cool aus. Der hätte auch bestimmt legendär sein können. Dann gibt es noch die Disco-Diva für 1200 Weibachs mit diesem ziemlich nicen Backpack. Ja, muss ich mal häufiger spielen auf jeden Fall. Dann haben wir noch den unendlichen Dab drin. Ja, also ich würde sagen, einen Dab sollte man auf jeden Fall haben. Entweder den normalen Dab oder den unendlichen. Je nachdem, was man halt besser findet. Aber das gehört einfach zu Fortnite dazu. Also, wenn man keinen Dab hat, was, 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 warum? Spielt man alle über Fortnite, ne? Natürlich nur Spaß, aber auf jeden Fall cool. Einen der beiden kann ich auf jeden Fall empfehlen. Heute ist halt der unendliche Dab drin. Und natürlich noch die geschmeidigen Moves. Ja, auch ein ziemlich cooler Tanz. Und dann haben wir nochmal wieder den Shishu drin für 800 Weibachs. Eine ziemlich lustige Hacke. Ich finde die Idee einfach ziemlich nice mit diesem Shishu hier. Ähm, ja, der Sound. Ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir noch den Scorpion-Skin. Ziemlich preiswerter Skin für 800 Weibachs. Auf jeden Fall ein guter Deal. Ich spiele ihn ziemlich gern mit diesem Geisterportal-Backpack. Das ist echt eine richtig nice Combo, weil es halt auch so blau ist wie diese Armbinde hier. Also ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich nicer Skin für 800 Weibachs. Absolut in Ordnung. Und, ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr euch heute irgendwas hier holt, dann nutzt gerne meinen Creator-Code SNOXY. Genau, einfach hier eintragen. Kann man auch komplett kleinschreiben. Das ist egal. Einfach nur SNOXY hier in das Feld eintragen. Und, ja, dann könnt ihr auch immer bei den Gewinnspielen teilnehmen. Ich veranstalte jetzt immer noch mehr und mehr Gewinnspiele. Einfach, um euch etwas zurückzugeben. Und das kann ich halt nur wirklich machen, dadurch, dass ihr mich hier eintragt. Also, falls ihr nachher im Fortnite-Shop-Seite und euch zum Beispiel irgendwas holt, dann nutzt gerne den Creator-Code SNOXY. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall mega, mega nice. Und ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr wieder abonnieren und auch rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und, ja, mich würde auch mal interessieren, wollt ihr in Zukunft häufiger so eine Live-Reaction vielleicht aufhaben? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nachher wieder zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut und haut rein. Tschüss!